Sind Sie mit der Komplexität von Antrags- und Bewilligungsprozessen mittlerweile genauso frustriert wie ich? Spielen Themen wie Wirkungsmanagement, Co-Browsing und andere Digitalisierungsmöglichkeiten auch eine sehr große Rolle in Ihrem Unternehmen? Dann kommen Sie mal mit. Bei den Landesförderinstituten innerhalb Deutschlands konnten wir uns bereits erfolgreich als Marktführer etablieren. Haben auch Sie Digitalisierungsbedarf, über den wir vielleicht sprechen können? Mein Name ist Fabian Bollig und ich bin für das New Business bei der CareerLogix im Public Sektor zuständig. Buchen Sie gerne über diesen Link einen persönlichen Termin mit mir und wir beraten uns gerne über Ihren Digitalisierungsbedarf.